Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA Podcast zu einer neuen Sonntagsepisode. Heute gibt es alle Details zum kommenden Titelfight bei WeLoveMMA in Nürnberg. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follower bei Spotify oder natürlich auch alternativ eine Bewertung bei iTunes. Der Oktober rückt näher. Bald sind es nur noch knapp zwei Monate. Wir haben heute den 1. August. Am 2. Oktober geht es in die Arena nach Nürnberg, in die Arena Nürnberger Versicherung. Und es gibt einen Titelfight im Main Event und zwar einen Titelfight im Mittelgewicht. Der amtierende Champion im Mittelgewicht ist Dustin Stolzfuß. Wie einige von euch wissen oder ich denke die allermeisten ist Dustin Stolzfuß. Zwar WeLoveMMA Champion, aber auch aktiver Fighter in der UFC. Dementsprechend wird er seinen Gürtel für vakant erklären und es wird um den vakanten Gürtel gekämpft. Wer kämpft um den Gürtel? Das ist einmal Leo Lauber aus dem MMA Spirit in FFM, also in Frankfurt, gegen Peter Njari aus dem Tiger Warriors in Braunschweig. Ein spannender Fight zwischen den beiden, einfach weil es auch eine wirklich gute Competition ist. Wir haben auf der einen Seite Leo Lauber, der bisher vier Kämpfe gewinnen konnte, alle bei WeLoveMMA. Und Leo Lauber hat hier nicht nur Knockout Power gezeigt, sondern auch Submission Skills und auch Ausdauer. Er bringt viel Sauerstoff mit, viel Luft mit und kann damit natürlich auch über die Zeit gehen. Wir wissen, bei WeLoveMMA wurde jetzt das Regelwerk erneuert. Es geht jetzt alles nach den Unified Rules of MMA. Das Ganze wird von der Gemma überwacht und dementsprechend kann es durchaus sein, dass so ein Kampf dann auch mal länger geht. Ihm gegenüber steht Peter Njari, der hat drei von vier Kämpfen bei WeLoveMMA bestritten und hatte 2019 nicht vielleicht den besten Start, aber in seinen letzten beiden Kämpfen hat er gezeigt, was er drauf hat. Beide Kämpfe konnte er in der ersten Runde durch Submission entscheiden. Also eine Sache ist klar, das wird ein richtig guter Fight und definitiv auch ein würdiger Nachfolger für den Champion Dustin Stolzus. Verpasst diesen Fight auf gar keinen Fall. Dann gibt es noch einen weiteren Fight in Nürnberg und zwar Chakda Sengül. Der wird nämlich gegen den Leipziger Jonathan Werns aus dem Southport Gym antreten. Also Leute, damit haben wir die Fightcard für WeLoveMMA 54 am 2. Oktober in Nürnberg. Im Main Event sehen wir den Titelkampf im Mittelgewicht. Leo Laube aus dem MMA Spirit gegen Peter Njari aus dem Tiger Warriors. Dann haben wir ebenfalls Mario Wittmann gegen Nils Wernersbach. Mit Mario Wittmann gab es auch das neue 60-Sekunden-Video. Schaut dafür auf den Social-Media-Kanälen von WeLoveMMA vorbei. Wir haben Manuel Sprau gegen Max Graf, Jonathan Werns aus dem Planet Eater von Peter Sobotta gegen Chakda Sengül aus dem TA Force Team und Joel Batobo aus MMA Munich gegen Abdul Gahad Tajik aus Siberian Tiger. Die abschließenden drei Kämpfe sind Dominik Weteck, ebenfalls aus dem Planet Eater gegen Chris Wilson und Elias Jacobi gegen Taurus Kuski. Zum Schluss gibt es noch Yunus Elmerit Cengiz gegen Mahdi Sadeqi. Das ist noch nicht die komplette Fightcard. Einige Kämpfe werden noch verkündet, deshalb haltet ihr Augen offen. Aber es geht wieder los. Es gibt wieder News zu WeLoveMMA-Fights und ich denke, das freut jeden. Kurz noch abschließende Worte zur UFC Fight Night gestern. Stolz hat sein Fight leider verloren, was sehr, sehr schade ist. Also ich habe mir erhofft, dass er diesen Fight gewinnt, hat aber in der ersten Runde durch Knockout verloren. Das ist sehr schade. Uriah Hall hat gegen Sean Strickland verloren. Hat mich auch überrascht. Uriah Hall wirkte, je länger der Kampf ging, umso lustloser. Als ob Uriah Hall einfach keinen Bock mehr hatte, da weiterzumachen. Warum auch immer. Dann war es das mit dieser Episode. Folgt Will of MMA auf Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.